Inside Star Citizen, unser wöchentlicher Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Heute geht es um natürlich die Nautilus des Herstellers Aegis, es gibt einen Sprint-Report und wir erfahren mehr über den Designprozess des neuen Aegis-Mauspads oder der Tischauflage und es werden uns die Building Blocks vorgestellt. Und auch in dieser Woche gibt es wieder ein Vorwort von mir in einer ganz, ganz wichtigen und positiven Angelegenheit. Ja, in der letzten Woche, da hatte ich auch ein Vorwort eingebaut in Anbetracht der vielen, vielen negativen Kommentare, des negativen Feedbacks auf das Inside Star Citizen, was die Qualitätssicherungsabteilung, das QS-Team von CIG vorgestellt hat. Ja, das konnte man ja sehen, wie man möchte. Es wurde sehr kontrovers diskutiert, was auch in Ordnung ist. Das zeigt ja auch, dass die Community ein starkes Eigeninteresse an der Spielentwicklung hat und eben solche Themen auch nicht einfach so lapidar hinnimmt, sondern diskutiert. Wie gesagt, kann man auch positiv sehen. Diese Woche gab es den Pillar Talk, der von der Community und auch mir sehr sehnsüchtig erwartet wurde und auch der wurde den Erwartungen nicht gerecht. Insofern, als dass die Manager hier überhaupt nicht über die anstehenden Themen gesprochen haben, die ja so wichtig sind für die Entwicklung von Star Citizen und Squadron 42, also im Hinblick auf das Object-Container-Streaming, im Hinblick auf das Server-Mashing, im Hinblick auf was auch immer die Themen sind, die CIG, die die CIG-Manager so beschäftigen. Aber das negative Feedback, was diese Woche gegeben wird, finde ich extrem unberechtigt, weil das, was wir hier gesagt bekommen haben und das, was gerade passiert, das ist ganz, ganz, ganz essentiell wichtig und auch gut, dass sie dem eine eigene Sendung widmen. Und zwar hat uns CIG mitgeteilt, dass sie ihren Produktionszyklus geändert haben oder auch ändern werden und gerade alles komplett umstricken. Und um hier Missverständnisse zu vermeiden, gibt es dazu auch eine Fragen- und Antwort-Sektion, eine Q&A-Sektion auf Spektrum. Und auf Basis dieser Q&A-Sektion werde ich mir das sogenannte Staggert-Development, das gestaffelte Development, die gestaffelte Entwicklung, kurz anschauen und mit euch besprechen. Der Hintergrund, um das vorwegzunehmen, dieser ganzen Aktion der wiederholten Änderung des Produktionsrhythmus hängt damit zusammen, dass sich CIG durchaus bewusst ist, dass sie mit den Quartalsveröffentlichungen einfach nicht mehr hinterherkommen. Dass sie es nie schaffen, die geplanten Themen wirklich pünktlich zu veröffentlichen, dass das, was sie online bringen, sehr fehlerbehaftet ist. Und darüber hatte sich Todd Peppy vor etwas längerer Zeit, ich kann nicht mehr sagen, ob es in einem Calling All Devs gewesen ist oder in einem Star Citizen Live, hatte er sich darüber negativ geäußert und hat gesagt, hat geäußert, dass ihm das überhaupt nicht passt. Diese Quartalspatches, die immer mit Fehlern rauskommen, die immer zu spät rauskommen. Und da arbeitet man an einer Lösung. Und das, das, was wir jetzt haben, das ist die Lösung, die sich CIG ausgedacht hat. Gehen wir kurz durch das Q&A durch, weil das viele der Fragen beantwortet, die die Community aktuell hat. Was ist eine gestaffelte Entwicklung? Was ist Staggart Development? Staggart Development ist ein Ansatz, der die verschiedenen Entwicklungsteams auf mehrere Abgabe-Fertigstellungstermine verteilt. Das versetzt die Teams in eine Kadenz, steht hier. Kadenz ist eigentlich ein Begriff aus der Musik, also das ist die Harmonielehre. Das heißt, die Teams, wie soll man das übersetzen, kommen hier in einen harmonischen Schwung, kann man so sagen. Und diese Teams im Rahmen dieses Staggart Development, die werden jetzt nur noch alle paar Quartale anstatt jedes Quartals größere Funktionen liefern, größere Veröffentlichungen in einem Patch liefern. Aber da diese Teams natürlich gestaffelt arbeiten, wird es trotzdem weiterhin jedes Quartal ein Update geben, nämlich von dem Team, was gerade eben über ein halbes Jahr oder wie lange auch immer an bestimmten Funktionen gearbeitet hat. Um es aus Gründen, steht hier weiter, der Übersichtlichkeit zu vereinfachen, wäre ein Beispiel dafür, dass die Hälfte unseres Entwicklungsteams an Funktionen für Patch 3.7 arbeitet, Technologien inhalten, während ein anderes Team, die andere Hälfte des Teams, an 3.8 arbeitet. Und sobald das Team, das an 3.7 arbeitet, den entsprechenden Patch abgeliefert hat, würde es dann zu 3.9 übergehen. Also entwickeln, abliefern, weitermachen. Das ist natürlich ein sehr einfaches Beispiel, wie das hier beschrieben ist, aber genau so ist das gemeint. Es gibt ein dediziertes Team, die an einem bestimmten Patch arbeiten und für die Funktionen verantwortlich sind. Und das ist aber ein sehr, sehr, sehr großes Team natürlich. Und ein anderes Team arbeitet dann eben entsprechend an den zukünftigen Patches. So steht hier auch weiter, dass die Staffelung der Teams Teams bedeutet, dass sie jetzt nicht mehr in Zyklen von drei Monaten arbeiten und Patches rausbringen, sondern in sechsmonatigen Entwicklungszyklen arbeiten, was mehr Zeit bedeutet, um sicherzustellen, dass alle Funktionen vollständig sind und weniger Fehler auftreten. Und das alles bei gleichzeitiger Bereitstellung der vierteljährlichen Patches. Warum eigentlich staggert Development? Diese positive Änderung ermöglicht es uns, weiterhin vierteljährliche Patches bereitzustellen, jedoch in höherer Qualität und mit weniger Fehlern. Das bedeutet jedoch, dass wir die Roadmap komplett neu gestalten müssen, um dieser neuen Frequenz besser gerecht zu werden. Aber das Ergebnis sollte ein viel zufriedenstellenderes Spielerlebnis bieten. Natürlich ist zu beachten, da gehen Sie jetzt gleich wieder einen Schritt zurück in Ihre Argumentationskette, dass wir uns noch in einer Alpha befinden, sodass natürlich einige Fehler erwartet werden. Dennoch beabsichtigen wir, Fehler zu reduzieren, da gestaffelte Teams mehr Zeit haben werden, ihre Funktionen, Technologien und Inhalte zu entwickeln und zu verfeinern und sie gründlich zu testen, bevor sie dann auf die Live-Server gegeben werden. Nächste Frage, bedeutet das, dass es keine Quartalsveröffentlichungen mehr gibt? Nein, das haben wir ja auch gerade beantwortet. Die Teams werden so gestaffelt, dass es jedes Quartal Veröffentlichungen geben wird. Sie schreiben allerdings auch im fortlaufenden Text, dass die Patches nicht mehr so gleichmäßig gewichtet sind, sondern es wird alle paar Quartale relativ große Patches geben und andere Patches werden dann mit weniger Inhalten daherkommen. Das wird in der nächsten Frage beantwortet. Bedeutet das, dass wir jedes Quartal weniger Inhalte erhalten? Das habe ich gerade beantwortet. Ich, wie gesagt, fasse das zusammen. Die schreiben hier auch zu Teilen so ein bisschen geschwurbelt, dass es das Ziel ist, alles ganz toll zu machen und super und so weiter. Da gehe ich jetzt einfach mal geflissentlich drüber hinweg. Dann gibt es eine Frage, ob denn die Merkmale, die jetzt oder die Features, die jetzt von der Roadmap gestrichen werden, ob die denn jetzt wegfallen? Natürlich nicht. Die werden dann zu einem späteren Zeitpunkt in der Roadmap auftauchen. Oder wir hatten das auch schon, dass die einfach in bestimmten Themen, in anderen übergreifenden Themen mit aufgegangen sind, anders benannt worden sind und so weiter. Also grundsätzlich wird das Spiel natürlich weiterentwickelt. Ist dies das letzte Mal, dass wir ein größeres Roadmap-Update erfahren? Das können Sie nicht versprechen, steht hier. Die Roadmap wird sich zweifellos weiterentwickeln und verändern, wenn die Entwicklung von Star Citizen und Squadron 42 weitergeht. Das ist die Natur der Spieleentwicklung, die nicht oft von der Öffentlichkeit gesehen wird. Wie bereits in der Vergangenheit ist diese Aktualisierung der Roadmap unser bester Ausdruck der Richtung, die wir derzeit gehen. Denn wir wollen so transparent und offen wie möglich sein, wie wir Star Citizen und Squadron 42 weiterentwickeln. Und wir haben aktiv verschiedene Wege gefunden, wie wir glauben, noch mehr tun zu können, um zu kommunizieren und euch alle über unsere Fortschritte auf dem Laufenden zu halten. Was bedeutet das für die endgültige Feature-Liste von Star Citizen? Ja, das bleibt so, wie es ist. Da schreiben Sie hier, wir machen immer noch die verdammt beste Weltraum-Simulation aller Zeiten. Das ändert sich nicht. Sie verbessern eben nur die Art und Weise der Entwicklung, wie gesagt, mit der nicht nur wir als Community unzufrieden gewesen sind, eben, sondern auch CIG und das schon seit längerer Zeit. Es ist übrigens einer der Punkte, weshalb ich sehr traurig bin, dass es diese Calling-All-Devs nicht mehr gibt, weil die haben uns genau diese kleinen, sehr wichtigen Informationen gegeben, die jetzt einfach fehlen. Dass ein Entwickler sagt, boah, ich finde das selber nicht so richtig toll, aber wir entwickeln uns da weiter und überlegen Verbesserungen. Wenn der Todd Peppy das nicht gesagt hätte, dann hätte hier dieser Zusammenhang gefehlt und dann wäre vielleicht die Wahrnehmung anders gewesen. Also ich hoffe, dass sowas wie das Calling-All-Devs irgendwann mal wieder kommen wird. Daumen drücken. Weiter geht's im Text. Wie wirkt sich das auf die Fahrzeugentwicklung aus? Natürlich ein ganz wichtiges Thema. Fahrzeuge und Raumschiffe. Und ganz, ganz spannend schreiben Sie hier, tatsächlich arbeiten gerade die Fahrzeugteams sozusagen prototypisch schon seit einiger Zeit in diesem Staggart-Development-Zyklus. Und das ist nämlich der Hintergrund, weshalb wir schon Arbeiten an der Carrack vor langer, langer, langer Zeit gesehen haben und auch an der Prowler, obwohl die ja erst zum Ende des Jahres geplant sind. Was bedeutet das für Squadron 42? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie hier schreiben, denn damit verkünden Sie offiziell, dass sich Squadron 42 um mindestens ein Quartal verschieben wird. Die Beta war ja für Mitte nächsten Jahres geplant. Und Sie schreiben hier ganz bewusst wahrscheinlich jetzt nicht von Monaten, sondern von Wochen. Zwölf Wochen verschiebt sich die Beta nach hinten. Das heißt, im Moment wären wir damit im Herbst nächsten Jahres mit der Squadron 42 Beta. Ich bin mal gespannt, ob das die letzte Verschiebung gewesen sein wird oder ob sich das sogar noch dann bis in den Dezember nächsten Jahres weiter verschieben wird. Das ist Kaffeesatzlesen. Ja, das war's mit dem Q&A bezüglich des Squadron, bezüglich des Daggered Development. Wie gesagt, sehr wichtig, dass Sie es kommunizieren. Und auch sehr wichtig, ich denke, hier müssen wir Creator auf die Community zugehen und entsprechend Aufklärungsarbeit leisten, dass sich hier was ändern wird, warum die Roadmap so über den Haufen geworfen worden ist. Aber zum Guten, ich bin da wirklich guter Dinge und ich denke, das ist der richtige Schritt, den CRG hier getan hat. Denn ich weiß gar nicht, wo ich das kommuniziert habe, wahrscheinlich in meiner Patreon-Community. Ich selber bin seit vielen Monaten sehr unzufrieden mit der Entwicklung und habe auch die dreimonatige Veröffentlichung kritisiert, weil ich gesagt habe, die schaffen es überhaupt nicht mehr, das, was sie entwickeln, fehlerfrei in ein Bild zu bekommen, weil sie dann alles, was sie zusammengedengelt haben, irgendwie in den Bild kippen. Mit heißer Nadel wird das zusammengeschriegt, dass es irgendwie läuft. Und dann steht schon wieder der nächste Patch vor der Tür. Sie müssen wieder ihre ganzen Neuentwicklungen reinkippen und das alles führt zu einem riesigen Chaos. Sie haben überhaupt keine Zeit mehr, alles irgendwie fehlerfrei oder zumindest stabil zu bekommen. Und deswegen war schon seit längerer Zeit meine Meinung, sie müssten mal einen Patch ausfallen lassen, um irgendwie das Spiel mal wieder ein bisschen zu sortieren und auch sich selbst intern zu sortieren. Das, was sie jetzt machen, ist natürlich eine wesentlich bessere Lösung, als einen Patch ausfallen zu lassen, indem sie sagen, nein, wir entwickeln jetzt in sechsmonatigen Zyklen. Super Geschichte, die ich da nur unterstützen kann und auch einfach die Community davon überzeugen möchte, dass das eine sehr, sehr gute Sache ist, auch wenn es jetzt natürlich für einen Schock sorgt, weil die Roadmap komplett umgemodelt wurde, weil sich viel verschoben hat, weil 3.7 vielleicht nicht so viel bietet, wie ursprünglich gedacht. Aber das haben wir ja nun auch schon einige Male festgestellt, beziehungsweise das hatte ich auch schon mal zu bedenken gegeben, dass ich nicht glaube, dass diese Planung, wie sie derzeit steht oder bestanden hat, bis gestern, bis vorgestern, dass das so kommen wird. Da war schon meine Vermutung da, dass da viel, viel von verschoben werden wird. Und im Rahmen dieser Entwicklung, wie gesagt, ist 3.7 komplett umgemodelt worden. Aber das, was wir jetzt auf der 3.7 Roadmap haben, das ist schon zum großen Teil fertig. Wenn ihr euch das mal anguckt, wie hoch die Anzahl der fertiggestellten Tasks ist, dann sieht das erst mal relativ gut aus. Das heißt, 3.7, wie es jetzt geplant ist, wird dann aller Voraussicht nach auch so kommen. Und dann bin ich sehr gespannt, ob CIG dieses eigene Rezept einfach schmackhaft, um es mal so zu formulieren, dann auch wirklich umsetzen kann. Ob wir dann jetzt tatsächlich in einen Veröffentlichungsrhythmus kommen, der das hält, was sie hier versprechen. Das heißt, möglichst fehlerfrei und möglichst auch zuverlässig. Das heißt, dass wir das, was wir in der Roadmap versprochen bekommen, oder es ist ja kein Versprechen, aber das, was hier aufgeführt wird, dass das zum größten Teil dann auch wirklich die Inhalte sind, die es in dem Patch schaffen jeweils. Also wir werden immer wieder Themen haben, die verschoben werden, weil es zu irgendwelchen blockierenden Punkten kommt. Das bleibt nicht aus. Aber dass 50 Prozent einer Planung sich verschieben, das ist dann ja auch keine seriöse Planung mehr. Und ich, wie gesagt, hoffe jetzt im Rahmen dieses Dagger Development, dass das der Vergangenheit angehört, dass wir hier eine zuverlässigere Planung haben werden und dass die Patches, die rauskommen, dann auch spielbar sein werden. Ja, soweit mein Wort zum Sonntag oder zum Samstag, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Wie gesagt, insgesamt sehr positiv. Ich freue mich über diesen Schritt und bin sehr dankbar, dass CRG das getan hat und bin sehr gespannt auf die zukünftige Entwicklung des Spiels. Und jetzt, nach diesem sehr langen Vorwort von mir, wünsche ich euch viel Spaß mit der Übersetzung des Inside Star Citizen vom Donnerstag. Am vergangenen Wochenende, respektive Anfang dieser Woche, wurde uns der strategische Minenleger mit Namen Nautilus des Herstellers Aegis vorgestellt. Es ist das erste Schiff dieses sehr explosiven Gameplays. Aber wie wird die Spielerfahrung damit aussehen? Wie werden sich Minenfelder im Spiel auswirken? Warum sieht das Schiff so aus, wie es aussieht? Die Nautilus bringt einen sehr traditionellen Aspekt aller Chris Roberts Spiele in das Star Citizen-Universum. Sie bringt ein wenig mehr Tiefe und Taktik in das Gameplay der kämpferischen Auseinandersetzungen. Dieses Gameplay ist aktuell noch sehr offensiv ausgerichtet. Die Nautilus dagegen ist mehr für die Spieler, die sich quasi proaktiv vor diesen Offensivspielern schützen wollen. Eines der Schlüsselelemente für Minenleger bzw. Minenräumer ist die Wartung ihrer Minenfelder. Diese Minenfelder sind eine tolle Möglichkeit, defensives Gameplay in das Spiel zu integrieren. Es erlaubt sowohl in Organisationen als auch alleine spielenden Menschen, ihr Eigentum strategisch zu schützen, sei das eine Raumstation oder auch Zugangskorridore zu unterschiedlichen Bereichen im Verse. Die Designanforderungen wurden von John Crew und seinem Team definiert. Und das war die Grundlage dessen, was man mit dem Grafik- und Design-Team dann erarbeiten wollte bzw. sollte. Zuallererst sollte sich das Schiff schwer gepanzert anfühlen. Gleichzeitig sollte es wehrhaft sein, was mit den zwei Waffen der Größe 7 mehr als deutlich gemacht wird. Und die Silhouette sollte natürlich auf spezifisch diesen Minenleger hindeuten, hinweisen. Herausgekommen ist zwar eine sehr einfache Form, im Grunde genommen ein Dreieck, die aber trotzdem interessant wirkt. Alles ist sehr Aegis. Das Schiff wirkt wie eine Tech-Sandwich. Ober- und Unterseite sind dabei sehr schlicht gehalten, während sich in der sehr geschützten Mitte des Schiffes die schwere Tech befindet. Das Gameplay des Minenlegers wirkt auch auf der anderen Seite der Spielerschaft und des Gameplays, nämlich denen, die sich mit dem Scannen und Erkunden beschäftigen. Diese Minenfelder sind sehr schwer zu entdecken, weshalb es sehr interessant sein könnte, diese zu finden und Mitspieler darüber in Kenntnis zu setzen. Ein Wurf von meiner Seite, CRG hat auf irgendeiner Plattform geäußert, dass das eines der Kernelemente auch für die Terrapin sein könnte, diese Minenfelder zu entdecken. Natürlich können Minen durch die Nautilus durch Einsatz ihrer Drohnen auch wieder eingesammelt werden. Andere Spieler können durch EMP oder Distortion-Waffen Minen vorübergehend deaktivieren, um so anderen Schiffen eine Passage durch Minenfelder zu ermöglichen. Und zuletzt gibt es natürlich das Versorgungsgameplay, denn die Nautilus muss mit Nachschub an Minen versorgt werden, was wiederum andere Schiffe übernehmen können. Weiter geht's zum Sprint-Report dieser ISC-Folge. Das Character-, Props-, Waffen- und Grafik-Team hat sich jüngst durch über 400 Materialien durchgearbeitet und diese bewertet, sowohl im Hinblick auf die Qualität als auch Details. Das betrifft alle Objekte im Spiel, wie Kleidung oder FPS-Waffen, aber auch solche Dinge wie Diffuse Textures, das ist der Farbkanal eines 3D-Objekts oder Normal Maps, die sogenannte Normal- oder Vector-Map ist ein Layer, um Lichteinfall und Reflektionen berechnen und darstellen zu können. Alles wird in einem, wie Jared es formuliert, mehr systemischen System zusammengeführt, das es den Designern erlaubt, schneller und einfacher neue, benutzbare Gegenstände für das Verse zu erstellen. Am Ende sollte unter dem Strich ein höherer Realismusgrad für alle Objekte und Assets im Spiel damit erreicht werden können. Das WEC-Content-Team in Europa hat sich mit Lackierungen der Vanguard-Varianten Sentinel und Harbinger beschäftigt. Was wir hier sehen, sind erstellte Optionen, nicht die finale Variante, das betont Jared zweimal. Über diese Arbeiten und ihre Entwicklung werden wir in den nächsten Wochen mehr erfahren. Das PU-Gameplay-Team in Amerika hat sich mit Verbesserungen des Chat-Systems im Mobiglas beschäftigt. Das umfasste unter anderem die Möglichkeiten, Chat-Kanälen unterschiedliche Farben zuzuweisen. Diese und andere Verbesserungen werden aktuell entwickelt und in nächster Zeit in das PU ausgerollt. Das Waffen-Feature-Team arbeitet daran, verschiedene Waffenaufsätze online zu bringen, zusätzlich zu den Zielfernrohren, die mit Alpha 3.6 ins Verse gekommen sind. Konkret ist das unter anderem der Schalldämpfer für die LH-68-Pistole von Gemini. Zusätze wie diese und noch viel mehr werden vom Waffen-Feature-Team entwickelt, um den Spielern so zukünftig die Möglichkeit zu geben, ihre Waffen an ihre Art des Spiels anpassen zu können. Das Audio-Team hat Aktualisierungen zu dem dynamischen Audiosystem hinzugefügt, welches die Audiosignale je nach Situation einspielt, zum Beispiel wenn unser Anzug Sauerstoff verliert. Das umfasste auch den schweren Aufprall, wenn man aus großer Höhe mit voller Rüstung auf einer Oberfläche landet. Und Jared sagt hier, bei dem Geräusch, da tun ihm selbst die Knie weh. Star Citizen ist mehr als nur ein virtuelles First-Person-Universum. Oft ist es auch ein Teil unseres täglichen Lebens. Ob das nun die Teilnahme an einem großen Event wie der CitizenCon ist oder auch auf einer eher persönlichen Ebene das Treffen anderer Mitspieler auf einem regionalen Bar Citizen. Oder zu Hause, wo wir eine Aegis Tischauflage auf unserem Schreibtisch haben und wir einen Drake Hoodie tragen. Dieses sogenannte Swag wird von der Community mehr und mehr gefordert, was sich auf den Treffen wiederholt zeigte. Deshalb gibt es seit neuestem Aegis-Poster, Shirts und Mauspads im RSI-Shop zu kaufen. Es ist Teil einer neuen Marketing-Kampagne, von der wir mehr erfahren werden auf dem Weg zur CitizenCon und darüber hinaus. Es hat bereits mehrere dieser übergroßen Mauspads in der Vergangenheit gegeben, aber diesmal wollte man eines designen, das so viele Aegis-Schiffe wie möglich abbildet. Die Herausforderung darin ist, dass diese Schiffe sehr grau und militärisch sind, aber das neue Mauspads sollte etwas Dynamisches ausstrahlen. Beim Zusammenstellen ist man in die Engine reingegangen und hat ein Widescreen-Format gesucht, mit dem man im Hinblick auf so eine große Tischauflage arbeiten kann. Dann hat man als erstes die großen Silhouetten und Formen eingefügt, verbunden mit der Überlegung, welche Größe und Form eines Schiffes mit der jeweils anderen gut korrespondiert. Die Feinabstimmungen hier kann man unter anderem vornehmen durch Farben und Beleuchtung. Natürlich ist die Javelin der Schlüsselfaktor in dieser grafischen Aufstellung. Sobald man dieses Schiff im Bild untergebracht hatte, ging es auch um die Frage, wie man alles so abstimmen kann, dass es sich wie ein Produkt aus dem Hause Aegis anfühlt. Dementsprechend hat man auch den Aegis-Steel-Katalog, den man für das Schiffsdesign entwickelt hat, beim Design des Mauspads angewendet. Mit dem Ergebnis ist man sehr zufrieden und hofft, dass die Community ebenso zufrieden ist. Wenn man der Entwicklung von Star Citizen gefolgt ist oder der Entwicklung irgendeines Computerspiels, ist einem vielleicht bewusst geworden, wie essenziell wichtig die Entwicklung der Benutzeroberfläche ist, die letzten Endes unser Tor in das virtuelle Universum ist. Es kann aber auch der Flaschenhals sein im Hinblick auf das Hinzufügen neuer Features oder gar den Spielspaß. CRG hat deswegen eine Initiative gestartet, um Überlegungen und Ideen zu entwickeln, wie man die Benutzeroberfläche und ihre Erstellung intuitiver gestalten kann, flexibler, und wie man den zugrunde liegenden Editor so entwickeln kann, dass die Designer ihre Visionen effizienter erstellen können als jemals zuvor. Es ist eine sehr aufregende Zeit aktuell, erzählt Zane Bean, und in den vergangenen Monaten hat das UI-Team, UI, User Interface, Benutzeroberfläche an etwas gearbeitet, was CIG intern Building Blocks nennt. Es wird das aktuelle UI-Werkzeug vollständig ersetzen. Das bisherige System war nur sehr schwer zu handhaben, das unter anderem Flash-basiert war. Man wollte daher ein Werkzeug kreieren, was es wesentlich einfacher macht, Benutzeroberflächen ins Spiel zu bekommen. Bisher war es sehr umständlich, eine Benutzeroberfläche ins Spiel zu implementieren, da ein erstelltes Asset erst ins Spiel importiert werden musste. Dann musste man das Spiel prüfen, dann das Asset wieder möglicherweise in den Editor laden, um Änderungen vorzunehmen. Für jede kleinste Änderung mussten diese Schritte durchlaufen werden. Mit dem neuen Werkzeug ist das Geschichte. Es verfügt über sogenannte Fluid Layouts, flüssige Layouts, mit denen CIG in der Lage ist, UI-Bestandteile flexibel zum Beispiel auf bestimmte Größen anzupassen. Das macht es wesentlich einfacher, Benutzeroberflächen zu erstellen, weil es im Spiel davon unzählig viele und ebenso unzählig viele Maße und Größenverhältnisse gibt, die im Spiel verwaltet werden müssen. Der neue Editor bietet außerdem viele tolle Möglichkeiten, zum Beispiel Elemente dynamisch in jeder Konfiguration zu gestalten, die ein Designer haben möchte. Man kann beliebig Spalten und Zeilen integrieren und designen und dann das gesamte geschachtelte Objekt in seiner Größe anpassen. Dies ist eine recht einzigartige Funktion, die CIG Post-Transformation, nachgelagerte Transformation nennt. Diese Post-Transformation ist nicht nur graduell möglich, sondern erlaubt es auch, Benutzermenüs in einem Kreis zu transformieren. Das ist es, womit sich CIG zurzeit beschäftigt. Ein Werkzeug, das es den Designern einfach und intuitiv macht, Benutzermenüs ihren Vorstellungen gemäß zu entwerfen. Was Zane am meisten begeistert ist, dass dies das grundlegende System ist, das zukünftig jeder benutzen wird, um Benutzeroberflächen im Spiel zu entwickeln. Das heißt, es liegt in der Verantwortung von ihm und seinem Team, die Stile, das Aussehen und die Standardisierung der Benutzeroberflächen zu definieren, also tatsächlich in diesem Sinne einen beziehungsweise mehrere Prototypen zu entwickeln. Sobald dieses Werkzeug fertiggestellt ist, muss niemand mehr ein Spezialist sein oder ein spezielles Programm verwenden, um Benutzeroberflächen entwickeln und ins Spiel implementieren zu können. Man muss nur noch das neue Werkzeug starten, Benutzeroberflächen entwickeln, Variablen einbinden und das Ergebnis umgehend testen. Damit können wir im wahrsten Sinne mit eigenen Augen sehen, wie mehr Gameplay ins Spiel eingebaut werden kann und sich das Universum anfängt, lebendig und dynamisch anzufühlen. Mich persönlich freut die Nachricht über die Entwicklung dieser sogenannten Building Blocks, weil wir uns ja immer wieder aufgeregt haben, dass es zu wenig Feedback gibt, dass die Benutzeroberflächen nicht vernünftig funktionieren und ich denke, das ist ein weiteres Puzzleteil auf dem Weg zu mehr Gameplay, auch zu mehr Multicrew Gameplay, zu mehr Optionen, zu mehr Menüoptionen im Spiel. Auch ein wichtiger Bestandteil war die Überarbeitung des Mobiglas. Ich denke mal, da wird noch viel mehr kommen, auch im Hinblick auf die Sichtbarkeit. Und was jetzt noch fehlt, wo ich hoffe, dass wir da in nächster Zeit noch etwas zu erfahren werden, das ist ja das Redesign des HUD, des Head-Up-Display, was auch genau in der Form wie diese Benutzeroberflächen erstellt werden soll. Das heißt, dass es dynamisch wird, aus einzelnen Komponenten besteht, eben intuitiv erstellt werden kann und aus mehreren Layern besteht, nämlich dem, was wir auf unserem Helm sehen und dem, was über das Raumschiff eingeblendet wird. Das ist nochmal ein Stück Arbeit, aber CRG ist hier auf einem guten Weg. Ich fand dieses Insight Star Citizen sehr spannend, dass CRG das zur letzten Woche wieder aufgeholt und hoffe, dass ihr auch Spaß hattet beim Anschauen. Und damit wünsche ich euch auf diesem Wege ein wunderschönes Wochenende. Bis dann. Cheers. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.